Also für die Folge 23 von Softwarearchitektur im Stream gibt es zwei Besonderheiten. Das eine ist, wir machen sie Donnerstag. Das andere ist, dass wir ein ganz besonderes Thema haben und zwar das Thema Sketchnotes in der IT mit Lisa, die auch immer die Sketchnotes malt. Zu den sonstigen Episoden. Lisa, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Ja, gerne. Hallo Eberhard, hallo Welt. Ich bin Lisa, ich arbeite bei InnoQ als Consultant und mache liebend gerne Sketchnotes und möchte euch das Thema etwas näher bringen. Und wir beide haben uns für die Folge noch was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar könnt ihr uns Begriffe aus der IT, die ihr gerne mal visualisiert haben wollt in einem Symbol, einfach mal schicken per Twitter oder wie ihr das kennt über das Google Doc oder auf welchem Weg auch immer ihr möchtet. Genau. Und wir freuen uns auf zahlreiche Zuhörer und Zuschauerschaft am Donnerstag dann. Bis dahin. Bis dann.